Ende der Schwerelosigkeit Großes, großes Biest Oh, schupp Plasma-Gewerf So, dass wir ja nichts Jute Aue Plasma-Gewerf Das ist eine sicherste Waffe, die Sie haben kannst Ah, ja, Fahrstuhl Ach, guck mal, die haben es jetzt hier in Fahrstuhl getastet Ist doch schön TÜV Haltet bestanden Und wir gehen zurück zum Monorail Den hatten wir vorher immer so sicher kaputt getreten Gefahr für die Umwelt Abgeschossen Ja, weiter Das könnte unsere letzte Chance sein hier rauszukommen, Isaac In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten Mist Der Kontrollraum ist abgeriegelt Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage Es wird wieder eine schweiß Route Alles Alles Das ganze Schiff ist ein bisschen gegen Ja, aber es sind einfach hier keine Verdachtefahrer, neue Fahrer, Dings, Religion, Scheiß, Macke, Misse, hätte das doch viel einfach hier gewesen. Ah ne, da musste jemand wieder komisch Objekte mitnehmen, wo es mal einfach Leute groß ist, wurde freund und selber besessen, schau doch. Und jetzt haben wir das Tier. Wieso könnt ihr lieber nicht einfach mitmachen, wie die Dame immer sagt? Ah, ich legte nur vor eins mal. So, ich musste ein bisschen hier schnellere Feuerrate reinbekommen. Ah ja, 5 Knoten. Ah, ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Äh, jetzt... Achtung! Nein, du bleibst von weg, ich bin kein leckerer Snack. Ah, ich werde wirklich hartes Stück durch ein. 1, 2, 3 oder Fahrschüler wird mich schon gesellschaft. Ey, ey! Ja gleich wo hier Bomben kommt. Warte. Da. Warte. Oh nein. Ich hoffe er kommt nicht. Ich traue jetzt die Luftschächte noch weniger. Wieso lange bin ich unterwegs? Hier im Versichtenbereich komme ich mal. Ich muss hoch. Ach, ich werde verdammt. Ah, scheiß drauf. Mal gucken was hier tut hier. Ich trage kann aber nicht bedeuten. Dr. Klein. Was zum Teufel? Zurück. Nach einen Schritt näher und ich erschisse ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie vollidiot. Hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist es das, was Sie mit dem Käpt'n gemacht haben? Na los. Erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten. Nur so kann man es aufreißen. Der einzige Weg das alles zu beenden. Der ist total durchgekleid. Ruf mal jemand die Security. Und... Tada! Jetzt habe ich die Fässer, glaube ich, umsonst gesprengt. Habe ich schon vorher gefühlt. Aber wo kamen die hier, der... ...Anspucher... ...deb ich auch noch nicht dafür. Habe ich auch noch ein dobrze. Und... ... wo ist das Haus ne ouch muss werde schön hast kein Spanns mehr ja es waren mal schöne Zeiten wo die Dinge mal ein bisschen schneller waren waren mal schöne Zeiten war noch verlässliche Technologie und jetzt ich habe sie für eine Spinne das ist der Simbel ist im Lagerraum neben dir ich glaube ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren Warte kurz! Warte kurz! Du bekommst eine Güsse? Nein! Die Scheibe ist verraten! Warte kurz! Ich habe es noch nicht gesehen! Warte kurz! Warte kurz! Warte kurz! Okay die Tür ist jetzt entwegeleisen. Ich kann gar nicht zu dir kommen aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Gleichfalls. Das hier wird bald vorbei sein. Selbstmord oder was? ... Oh, hier. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Oh, hier habe ich ja viele. Wäre ja auch so langweilig, weil ich heute ohne. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Weg. Das ist hier meine Parade und ich lasse mich hier nicht so einfach wegrossen. Oh, hier. Ah, sweet. Die Begebung in der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Wirst nicht meinen, aber weiß ich. Hör einfach mal auf. So. Äh, was macht jetzt? Vorbereitungszeit, oder? So. Er ist weg. Der böse, 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 böse Mann ist weg. Da war der eine höher. Wo war der? Oh je. Lange. Ich musste auf so viel gehen. Zum Glück. Und jetzt. Oh, das ist so. 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 Das ist so. Oh, okay, da wird spartiert. Weil dann wir ein bisschen sparen. Oder viel Munition ausgeben, wenn die Situation danach fragt. Ein Knut habe ich. Okay, nächste kommt mehr Feuerkraft. Hier, Tempo. Ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Becker, beeil dich! Wir müssen einen Rett eröffnen! Es muss hier irgendwo einer sein. Oh nein, 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 nein. Nein! Ich habe es gesehen. Verdammte Willkommenskomitee ist hier immer... Kann es! Ja, ich war leer. Bitte gib nicht Zeit zum Nachladen. Da sind alle hier unerzogen. 5 second. Oh, der da bewegt hat oder da läuft was. Bestand beim Monitorieren. Ja! Ich weiß nicht, was ich heute... Das Komitee war ein bisschen brutal. Das ist noch so gut. Oh, je, je, je. Nicht, wenn ich da fließt noch. Oder da bewegt sich was, oder da regt sich was so richtig hoch. ч.. Influenced Physics. muss ich da hingehen, dazu hört sich jetzt um so unfro... äh... so unangenehrt Lat! so, keine Muti für Latting oh guck mal shop Problem in der Weiterverarbeitung Die Situation hat sich um einiges verschlechtert Die Schwerkraftausfall krachteig, als wir gerade Asteroiden untersuchten und ein davon aus dem Gravitationsstrahl fiel Er kollidierte mit einer Wand, tötete zwei Mitarbeiter und zersprang dann Die einzelnen Brocken schweben jetzt frei im Weiterverarbeitungsraum und wir können die Schwerkraft erst dann wieder herstellen, wenn die Generalschlüssel holen, wenn wir sie aus dem Weg geschafft haben Wir könnten hier oben wirklich davon ein paar Techniker gebrauchen Die Schwerkraftausfall Die Schwerkraftausfall Die Schwerkraftausfall